Halli, 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 hallo liebe Freunde, es ist soweit unser Projektbaby. Das geben wir euch heute bekannt, das haben wir gesagt. Was gibt es Neues bei Ellermann Blanco? Ja, was gibt es denn Neues? Ja, hallo Leute, ja was gibt es denn Neues? Also Andreas, du bist ja sonst immer so jemand, der immer Schlagerstars und ganz brav lebt und keine Skandale hasst. Und da ich ja im Reality-Business zu Hause bin, ja, habe ich dich ja dazu überreden können, dass wir mal so ein bisschen unseren Alltag zeigen. Da ja die Leute sich sowieso aufregen, habe ich mir gedacht, ja, dann sollen sie sich mal richtig aufregen, dann kriegen sie so mal richtig ein Programm, wie es bei uns zu Hause abläuft. So ungefähr. Lieben tun wir uns ja trotzdem, nicht wahr Schatz? Genau, und ich kriege jetzt ein chaotisches Image. Was hast du denn da gemacht, Mensch? Wir zeigen dir erst mal die Bilder. Was soll denn das, wirst du es mal machen? Jetzt redest du eine Stunde, fang auf mich ein mit deinen Wünschen. Es ist kein Weihnachten. Eine Stunde höre ich mir das an. Ich muss mich jetzt gleich zu Bett legen. Ich muss mich einschließen und ich brauche mal ein bisschen Ruhe nach dieser Stunde. Die Quassel, Stunde hier. Quassel mit Patricia. Ich bin fix und fertig, ich muss mich hier jetzt mal einschließen. Es ist zum Kotzen. Diese Frau, die nervt, die nervt mich so kolossal. Nee, du gehst, du gehst, geh raus, geh außenrum, sag ich dir. Du kommst hier nicht rein. Du bist so wahnsinnig. Du kommst hier nicht rein. Das chaotische gesehen, das und vieles mehr bei uns im Kanal. Ellermann Blanco. Bei welchem Sender? YouTube. Wie heißt der? Ellermann Blanco. Und ihr müsst euch abonnieren. Abonnieren, abonnieren, dann kriegt ihr jede Woche eine neue Geschichte. Und die Geschichte wird chaotisch. Er schaut mich an, ihr kennt mich doch, Leute. Oder bei mir ist immer chaotisch. Also Ellermann Blanco, unbedingt bei YouTube reingehen. Wir zählen auf euch, weil ihr seid absolut klasse. Ihr seid so gut. Da geh ich in die Knie. Jetzt gehen wir einkaufen. Dann müsstet ihr mal dabei sein, was da los ist. Alles weitere im Kanal. Wir beide zählen auf euch.